Ich glaube, es ist vor allem für uns in der Vermittlungsarbeit wahnsinnig spannend. Wir sind es zwar gewohnt, sehr reflektiv, dass wir auch ganz eng mit den Menschen zusammenarbeiten, für die wir unsere Programme und Formate machen, weil sonst... Cada uno de los grupos va empezar por una actividad totalmente diferente y luego vamos recorriendo el resto. Pintar! Hoy vamos a pintar, pero de una manera diferente. Vamos a construir. ¿Qué te parece? Hoy vamos a construir. Estamos en un punto en el que las personas con discapacidad participan como ciudadanos de derecho pleno en los recursos comunitarios, que son de cultura, de arte, en todos los recursos. Tiene seis granidades y... ...puedo ir a hacerse otro día. Tienes mucho, se puede mirar y puede ver que... ...hasta批 experimentar, para... ...puedo ir a hacerse otro día que nos inspiramos, que nos inspiramos y nosotras y nos sentimos libres. Es ist so, ich liebe die Augen zu machen. Ich liebe die Formation des Limang. Ich liebe die Augen zu machen. Die Schöne Die Hauptsache der Stichwache ist die Möglichkeit, die in Stichwache mit DISCAPACIT, eine andere Rolle zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind artiste, artiste. Wir wollen für die inclusivität, für eine größere Diversität, für die Institutionen, Kulturen und Públicen, für die Gemeinschafts, dass die Projekte mit ihnen sein können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.